Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option, ich handle 60 Sekunden, mein Startrade beträgt hier 1000 US-Dollar, als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien in MetaTrader 5 unter Berücksichtigung der Tagesnews und meiner Indikatoren in MetaTrader 5. OutYen sieht ganz gut aus, allerdings müsste der Kurs noch steigen. Reicht noch nicht, muss weiter steigen. Im kurzfristigen Bereich habe ich aktuell 8 Währungspaare mit 87% Rendite bei IQ Option. K-Out Wie gesagt, müsste der Kurs noch weiter steigen. Gut. Reicht nicht. Okay, ich gehe rein. Und gegebenenfalls nochmal, ab sofort kannst du dich wieder für meinen Privat-Einzelcoaching 10k pro Monat per Mail bewerben. Sieht gut aus. Deutlicher kann man einen Trade gar nicht gewinnen. Ja. Ja. Perfekt. Mal sehen, ob ich noch einen Trade schnell finde. Out. 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 Ja, allerdings müsste der Kurs noch weiter sinken. Das reicht noch nicht. Und jetzt kann ich noch mal sehen. Das reicht noch nicht. Oder ich gehe nochmal Out. 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 Ja. Zu mal sehen, ob es noch weiter sinkt. Und dann noch weiter sinkt. Untertitelung des ZDF, 2020 Arbeitchen Reicht nicht Reicht 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 ok jetzt steige ich ein sieht aktuell gut aus ich bin noch etwas kürzer rein jetzt geht er noch mal runter wird knapp gewonnen perfekt bis zum nächsten mal adios bis zum nächsten mal